Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Robertra an. Dieser hat über ClickFunnels geschrieben, welches er mit 4,8 Sterne bewertet hat und wie seine Meinung im Detail ausschaut erfährst du jetzt. ClickFunnels, Vorstellungen und Erfahrungen. Mit ClickFunnels kann man auch dem Drag-and-Drop-Prinzip einfach und schnell effektive Landingpages erstellen. Das ist aber noch bei weitem nicht alles. Es sind außerdem Autorespooner, Videoplayer, Hosting und noch viele weitere Funktionen in Begriffen. Was genau ClickFunnels alles kann und wie sich ClickFunnels im Test schlägt, verrate ich euch hier. Was ist ein ClickFunnels oder ein Sales Funnel? Zu deutsch spricht man bei einem Sales Funnel auch gerne von einem Verkaufstrichter. Der Verkaufstrichter stellt sozusagen den kompletten Verkaufsprozess dar. Am oberen Ende kommen ungefilte Menschen herein, die über irgendeinen Weg von dem Produkt erfahren haben, was wir verkaufen wollen. Hier soll direkt angemerkt sein, dass Sales Funnels nicht nur für physische Produkte interessant ist, sondern eigentlich für alle Bereiche, die Kunden anfordern. Ob als Buchautor, Immobilienmakler, Affiliate-Marketer oder Network-Marketer. Jeder kann seine Nutzen aus so einem Fall erziehen. Nur durchläuft er interessant den Trichter und im Idealfall kommt er unten als langfristiger gebundener Kunde wieder raus. Das Ziel ist es nämlich nicht nur, dass ein Produkt verkauft wird. Vielmehr wird darauf abgezählt, dass über den Weg noch weitere Produkte verkauft werden, die zum ursprünglichen Produkt passen. Sogenanntes Upselling. Wer als Interessent für eine Mikrowelle gekommen ist, der soll mit einer Mikrowelle und dem passenden Mikrowellengeschirr die Seite verlassen. Typisch ist es auch für einen Sales Funnel, dass die Preise der Produkte immer höher werden, je weiter die Kunden den Funnel bereits durchlaufen sind. Am Anfang sollte man einen Interessenten nicht mit hohen Preisen abschränken. Wenn er dann kauft und vertrauen aufbaut zum Verkäufer, so kann man die Preise nach und nach erhöhen für folgende Artikel oder Dienstleistungen. Was kann Clickfunnels? Die Funktionen. Wie bereits erwähnt ist Clickfunnels für viele Leute eine All-in-One-Lösung, denn es werden viele essentielle Funktionen miteinander verknüpft, die für jeden wichtig sind, der über das Internet-Send-Business aufgebaut hat oder am Aufbauen ist. Bei der Nutzung von Clickfunnels sollte man grundlegendes Englisch beherrschen, da es bisher noch keine deutsche Version gibt. Vorgebaute Funnels. Bei Clickfunnels kann man aus bereits bestehenden Funnels den optimalen für sich heraussuchen. Landingpages erstellen. Nachdem man den Fall ausgewählt hat, kommt man zu einer der wichtigsten Funktionen, dem Landingpage-Editor. Um diese zu verwenden, muss man kein technisches Ass sein. Man kann einzelne Elemente einfach per Mausklick hinzufügen, wie Überschrift, Einkaufswagen, Timer, Bilder, Videos usw. Es gibt zudem auch viele Vorlagen, sogenannte Templates, aus denen man wählen kann. So kann man für jeden Geschäftszweig eine thematisch passende Webseite erstellen. In kürzester Zeit ist man fertig mit dem Erstellen und am Ende hat man eine professionelle Landingpage erstellt, nach den eigenen Vorstellungen. Die Landingpages sind auch alle mobile responsive, was so viel bedeutet wie abrufbar von einem Smartphone ohne Einbußen. Besonderheiten. Es ist ein eigener Videoplayer integriert. Man muss seine Videos nicht zum Beispiel bei YouTube erst hochladen und damit der Seite verknüpfen, was einen wesentlich professionelleren Eindruck hinterlässt. Auf Videos vom Produkt oder vom Unternehmen sollte man nicht verzichten. Es trägt wesentlich zu der Glaubwürdigkeit eines Unternehmens bei und schafft eine gute Grundlage für ein vertrautes Verhältnis zwischen Kunden und Verkäufer. Ebenfalls besonders ist, dass das Hosting bei Clickfunnels auch inbegriffen ist. Dies erspart weitere monatliche Kosten. Actionatix ist ein weiteres nützliches Tool, welches man mit Clickfunnels zusammenbekommt. Im Grunde ist dies dafür da, um mehr über die Besucher zu erfahren und ihr Verhalten auf unserer Webseite. Wenn man das Verhalten der Leute kennt, so kann man entsprechend reagieren mit Veränderungen. Mit Actionatix kann man sogenannte Actionfunnels erstellen und damit sind sämtliche Aktionen gemeint, die außerhalb des normalen C-Funnels stattfinden. Das sind zum Beispiel E-Mails, SMS-Nachrichten und mehr. Bei Actionatix kann man Nachrichten befassen und entscheiden, wer genau diese bekommen soll. Soll die E-Mail nur an Leute rausgehen, die etwas gekauft haben oder an welche, die aus einer bestimmten Gegend kommen? Soll die Nachrichten empfangen werden, wenn etwas im Warenkopf war, aber nicht gekauft wurde? Mit diesem Tool kann man die E-Mails sehr gezielt verschicken an bestimmte Personengruppen. Deckpack. Deckpack ist dafür gedacht, um sein eigenes Produkt, ein Affiliate-Programm, zu starten. Wenn man sein Produkt anbietet für Affiliates, die dieses vertreiben, so ist dann viel Traffic eigentlich garantiert. Beim Affiliaten holt man sich sozusagen viele Vertreter ins Brot, die man dann in Form an der Provision beteiligt. ClickFunnels, Erfahrungen, Test. ClickFunnels ist bisher eine echte Erleichterung. Ich bin jemand, der sich nicht gerne mit Technik und dem ganzen Kram auseinandersetzt, aber leider bin ich dazu gezwungen. Meine größte Sorge war immer, eine schöne Landingpage zu kreieren. Dafür gibt es ja mittlerweile schon mehrere Tools am Markt. Aber bei ClickFunnels hat man einfach den Vorteil, dass man noch viel mehr als nur einen Editor geboten bekommt. Der Editor ist idiotensicher und liefert ansprechende Ergebnisse. Sobald man sich etwas damit auseinandergesetzt hat und die ganzen Funktionen entdeckt hat, kann man durchstarten. Auch alle weiteren Schritte sind ähnlich einfach. Ob man einen Mitgliederbereich braucht oder nicht. Ob man ein Affiliate-Programm anbieten möchte oder nicht. Alle Bereiche werden professionell abgedeckt. Zudem entfallen viele potenzielle monatliche Kosten, wie Hosting, Videoplayer, Autoreaspooner und so weiter. Von mir gibt es für ClickFunnels eine Daumen nach oben. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewertete dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de 3 x do